wuf wuf wau wau keine ahnung so wir sind beim baron opala hola das ging flott jetzt okay beim baron karl eil baron garlic ist immer dann aber seine 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 scherke und hat blatt gemacht und jetzt will er zum imbiss und will die imbiss umbringen und jetzt das können wir nicht machen lassen ja jetzt mal zum imbiss gehe aber der du stehe weg ist noch mal den ersten blatt rauskommt amazon auto so jede da war es nice du ich hoffe dass der ist nicht bündel habe ich fast von amazon bestellt dass ich wisst der fahrt wieder tschüss schön dass du war schön dass du gehe ich das ist okay die vier rakett muss doch auf alle fälle gemacht werden dann machen wir den gelben du an auch die idee ist wichtig ich vergesse ich nicht vergesse ich von denen du du musst stattdessen du ihm machen da haben wir nämlich auch ein mäuerchen auch das alles geplant ei war das geplant das glaub ich gar nicht gleich dazu wenn ich den du hier macht kommt der weiße hoch brauche ich weiße nee kann ich was anderes mit der weiße anfangen ich brauche und die gelbe angriff ist immer gut ich habe vorhin ich habe ja in der in der in der letzten folge so viel gemauert die leid denke ja wirklich schon dass ich das hier der mittel markus bin ich weiß nicht mal markus ist egal markus ja aber der muss man ganz ruhig so was ist geiles monster hey die saue dem märten markus ja ok jetzt machen wir jetzt halt mode der angriffs adam oder so gerne los angriffs adam so märten markus komodo das bastio grad wir haben nämlich 34 weise zur freie verfügung ok 2 kett war hier stelle und dann so dann kommst du immer mit satz zwei stelle magie und muss dann jemand weg dann du mal notherr deine blaue weg mache und die andere zweit ruf dann war es das auch schon wieder wo man jetzt nicht links gegrillt wäre von denen der 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 mensch ernst der kerl die knecht also ja ich möchte blaue weg machen ja ja immer hin aber du bist schon im mauer so also der muss auf alle fälle aktiviert werden genau deshalb dann können wir noch so machen und dann dazu dann haben wir die kette also muss der sinn schöne sache an die hunde gerade brennende tatze gehabt das ist immer hübsch 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 so jetzt bin ich was der macht eine 80 die sau ich glaube es geht los das kann ich doch nicht bringe junge soll denn das muss ich auch mauer baue so bleibt man immer viel übrig wenn der deutsch gleich darüber knispelt außerdem hat noch ein bisschen was in den weg zu stellen so sondern walte deines amtes dolario die hingele alter ich habe doch baue mal engl bei engl bei englischen darunter abgabung die wirst katehp geiler scheiße das ist ein bisschen junge du hast du irgendwie was gelöst okay bei engl schlacken eine mauer gebaut man muss aber schon sagen ich bin deutlich mehr in der offensive im gesatz zu den letzten volk das war ja ein dollar feier gemacht ist aber hübsch das gefällt mir das gefällt mir so war es das jetzt schon oder was jungen noch ein pupsi hinterher das ging ja flott du lösche so jetzt macht doch moderne kack adler mobische power geben so also wir müssen jetzt wieder die wohl im kämpfe jetzt die 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 arsch geleckte die an ihr freundchen dumm gebabbelt diese fleischigen verkleidungen sagen wir kennen das eigentlich schwarze ritter sind und als große bild ist silber oh mein gott hätte das gedacht schlack sei von ein so 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 dann gucken wir mal wer ist da ich nicht okay ich sie doch schon eine mauer ich überlebe ich das ist am schickte stunden aber ich meine hey und das mauer gibt dann gibt es eine mauer und können wir gleich noch in die bau dann haben wir schon mal die mauer und es gibt dann noch eine dicke brä die mauer ne so da braucht man gelbe die haben wir jetzt natürlich alle die alle weg gemauert ist aber nicht schlimm die holen wir uns wieder wenn wir so anfangen so weitermachen denn wir sind ja hier der angriffs adam haben wir beschlossen heid also nicht heid beschloss doch beides wir haben zeit beschloss und wir sind heid der angriffs adam sehr gut also heid wird offensiv gespielt der offensiven oleg bin ich angriffs adam und der offensiven oleg das sind die beste so wir brauchen noch ein paar gelbe im mädchen ja aller gut dann fußel noniere mir das ist wenn man so viel gesoffert so viel fußel dann kann man fußel noniere stehen gut mein lieber mann hey so er hatte gerne da ist er wieder der tägliche gerne jawohl der hat er noch endlich affinität gedöns hat stellen wir die noch gleich zusammen oder wenn man die schon immer so geil da rumstehen ja die muss ja schon kommen kollege ja geil und dann haben wir wieder was gibt man mauerbau muss ich jetzt aber ein wenig drei halte weil aber mauer mauer ist glaube ich schon drin oder kann man nix sagen so 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 ralala also ich finde schlafgutheit hier mit mit dem angriffs adam haben wir gesagt gell und mit dem offensiv oleg ich meine hier da der mörtel marcus ist natürlich auch noch da man muss auch was zu tun haben so aber oleg machen wir sehr gut sehr gut ach die mutter steht vor den tiere da muss man da jetzt mal pause drücken momenten das krimi und 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 Amen. Amen. Ich labere hier schon eine halbe Stunde und habe das Mikrofon auf leise gestellt. Ich labere noch mal drüber? Nööö. Bin ich viel zu faul. Ja, wann er jetzt... Weil ich 5 Minuten mitkriegt hätte, wo ich gelabert hätte, hätten wir genau erfahren, dass ich zu faul bin und dass ich jetzt das Video, also 2 kleine Videos halt zusammenschneiden muss, weil die Mutter gerade gebimmelt hat und mir irgendeinen Scheißdreck erzählen wollte. Nein, voll wichtige Sache, beste Mutter überhaupt, wo ich habe. Das ist wirklich die beste Mutter, die ich habe. Ja, jetzt muss man es halt zusammenschneiden und damit habe ich halt auch mein, ich habe hier so ein blödes Headset und da habe ich halt auch lautlos gestellt und jetzt habe ich 5 Minuten gelabert. Das heißt, es wird jetzt ein zusammengeschnippeltes Video und dann fehle auch noch 5 Minuten gelabert von mir. Ist jetzt nicht weiter schlimm, ich fasse das einfach mal kurz zusammen, was ich denn in 5 Minuten gelabert habe. Angriffsaderm, Angriffsaderm, Offensiv Oleg, Offensiv Oleg, yeah, und eine Mauerbauer. Der Metal Markus baut noch eine Mauer. So, da oben ist man Nuff, glaube ich, oder? Jetzt wollen die auch wieder kämpfen. Achso. Das sind aber normale Menschen, oder was? Ja, okay. So, dann gucken wir mal, das erste Video war so 10 Minuten, dann gucken wir mal, dass wir das so jetzt halt fertig kriegen. So. Also, so weit sind wir noch gar nicht, ich war zu schnell, sorry. So, ich mache wieder Angriffs Oleg. Jetzt wird es der Angriffs Oleg und der Offensiv A, da mache ich gerade. Ja, aber Mauer muss Sinn. Mauer muss Sinn. Scheißegal, gehen wir mal auf Angriff. Geht hier jetzt natürlich nicht, schade, aber hier geht's. Und dann, hebt man uns auf. Oh, guck mal da, kommt mal noch einer hin. So. Muss halt gucken, dass ich jetzt da unten... Ja, ich tue jetzt so erst mal... Ah. Denne, denne Ende da weg halt. Könnte eigentlich den Weißen weg machen. Wäre praktisch, ja, ne? Könnte normal, oder so, ne? Ja, ich mache den Blauen weg. So, dass die Mauer da ein bisschen aufregt. Das verrückte Hinkele. Ähm. Denne machen wir auch gleich, und lieber. Dann haben wir halt nicht viel gemacht, heute. Aber ein bisschen was. Der Geier da, wird er jetzt halt fertig machen? Also, so würde ich es zumindest mal machen. Kann er aber nicht fertig machen? Ja, dann nicht, ne? Ha, schau auf am Flüschel vorbei, Kollege. So. Ich muss die halt wegmachen. Es hilft alles nix. Es hilft alles nix. So. So. Du mal die... Äh. Die Blaue. Ja. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Und jetzt kriegen wir eine Nimi weg. Außer mit dem Metal Markus. So. Hatten wir aber schon ordentlich hin geballert, ne? So. Jetzt tun wir... Hier ist Enkelscher aktivieren. Dann machen wir da gleich mal den Metal Markus, aber in fünfer Breite. Weil wir es kennen. Hoffe ich. Da hat er gleich... Alter. Der Kollege. Macht er gleich den Nächsten. Das finde ich jetzt aber nicht so geil, ne? So. Komm mal her. Das sieht doch schon mal gut aus, do. So. Echt mal guck, ob man sowas machen kann. Schade. Schade. Naja. So. Da oben... Da links droht jetzt erstmal K-Gefahr. Das heißt, ich baue jetzt so natürlich erstmal weiter. Aber damit... Damit man nicht so... Damit dem nicht so doll wird. Nehmen wir, Mensch. Das ist ein bisschen angreifend. Der Angriff ist Oleg. Jetzt ist... Angriff ist Adam. Mann, ey. Schlag safe. Guck dir die Scheiße da oben. So. Jetzt hat... Jetzt hat aber... Jetzt müssen wir den da aktivieren. Der Enkel. Der Enkelino. Und dann da ordentlich da Angriffe fahren. Wie großer. Da hinten hätte man den mal erkennen. Na ja, wir machen der. Die Angriffe da nebenan. So. 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 Kommt du selber raus. Mit dieser Stelle da hinten. Der blaue Kree. Der blaue. Haha. An die Mauer geballert. Und da hinten. Töööö. Tööö. 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 Ja. Alla. Gut. Angriffs Adam. Gib alles. Pack ne aus. Hau nehmu. die nas und da steht aber schede oder gefällt mir gefällt mir sehr der gefällt mir sehr und jetzt habe ich platz gemacht so so mein englisch macht jetzt aber was also mein englisch bei musik unglaublich sowas gibt es so kollega dann englisch nicht schlecht gerne wieder kack der greift jetzt an gerade im blick hatte ich gar nicht habe ich voll bedacht aber sowas von habe ich das bedenkt denn immer noch ein bisschen die fliegel stutze dann müssen wir unbedingt stadt klar machen und der doa so der haut jetzt die koppern die mauer und dann schnappen wegen der hatte ritter silberner ritter schön agen wie der ritter er war jetzt der adler gleich voll ist habe ich mir auf alle fälle die ritter wieder nehmen aber noch ist es nicht soweit machen wir uns okay säure um ungelehte eier ne so mal vierer mauer bauen moment ei weiße brauchen wir ja okay dann wäre das also wirklich nicht schlecht wenn es eine mauer gibt so war es nicht geplant okay ich bin gut das habe ich halt noch wenn ich weiß aber egal so ähm hab ich irgendwie da war ich so im weisen wahn im weisen wahn war ich was machen wir da ohne mit denen na komm der angriffs ingo was ja es wird immer schlimmer hier mit mir oh ja 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 hau du nur mal drauf das ist mir alles latte so 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 den toni war dann dann kriegen wir dom und alle weisen her ich kenne jetzt aber auch nur mein mein glück versuchen und noch ein paar leiten stellen vielleicht was feines dabei ja ist durchaus finde ich gut finde ich gut machen wir den da weg und dann hat er den gelbe da hinten drauf schon haben wir noch ein bisschen der angriffs adem jawohl jetzt rutscht man ein bisschen nun habe ich auch gar kein problem damit ist der wettel markus übergelaufen oder was jesus 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 der wetter jetzt nicht die kacke durch funktionieren oder das wäre nicht so geil so als man diesmal adler schon jetzt aber nicht hinkriegt dann weiß ich aber auch nicht mehr wollte ich eigentlich die übersetzte egal wenn wir noch machen so ja ja hau dir zu ein durchstechen wo richtig kacke das kann ich ja gleich sagen wenn ich besser stehen geblieben nun ja ich habe gewinnt ach ja ich hätte ja noch die mauer gehabt die jedoch kann ich nur bei mir auf der energie leiste mauer bau und ich baue sie nicht ich bin ja bin ja der angriff egon nee adam mann eh oh geil der adler ist level 5 ist das denn die ganze zeit level 5 keine ahnung ich wollte mir doch wieder die pferde schon nehmen aber ich kann sie auch nicht aufladen so dann laufen wir noch zumindest hier hier hä ist ja kacke dass ich meine meine ritter nicht aufladen kann und dann bringen wir diese folge zu ende so das englische ist schon das schon in ordnung der adler finde ich ehrlich gesagt gar nicht nur so geil aber ich habe halt im moment die ritter finde ich noch der coolste ich habe eine heilige welt keine ritter da keine ritter da und weil ich keine ritter da hab ja los muss einfach so wie es ist so ich musste oben an oder schon ich komme wieder mit vorbei eine städte oma gell oma da noch was zu sagen wo war dann war die weiter links oder was die burch keine ahnung es geht schon wieder los es geht schon wieder los ich muss schon wieder rumlaufen und finde mich nicht zurecht ist ja wahnsinn das kann ja gar nicht sein oder nee das kann ja gar nicht sind das kann ja gar nicht sind kann das nicht okay der wilde imbiss umbringen kann man irgendwie warte mal wie war das doch kampf gegen karl an eile nach westen zur burg des imperators auf dem großen platz okay ich bin schon wesentlich westlicher wie vorher kann ich noch wesentlicher gehen es ist nicht der große platz hey mama tante oder wer du bist sagen wir mal wo wirst du ist ja wirst du es links das weiß ich das ist mir schon klar aber wo ist der große platz wo ich auch alle sorry das ist der unter kann ich kann ich vielleicht nur ums geht hey moment ich gehe mal gucken nee da war doch hey ich bin verwirrt man ich hab mich verlob komm wir gehen einfach nur da nun geht nicht er geht nicht nur noch naja geht nicht weiter nun geht nur weiter nur noch kommen wir hier ja ja ich sage hier großer platz was ist das da oben ha 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 ich glaube das ist es oder das ist doch kann doch auch nicht große platz sind kann ich schon hingehen hallo oh geil guck mal das hier ne das ist schand ja aber da wohnt du die tante man hey ich hab mich verlob kann man denn nicht jemand helfen was sagen die aber weste links ist halt da ist halt kaputt ich spreche zu übersichtskarte oder so gibt es so netz so was nein ich glaube es hat ich brauche das schwert das schwert ist voll geil ach so ach so ganz ganz einfach von ohne probleme so jetzt muss ich aber vorsichtig sind wir müssen ihn schnappen oder ob Ränder haha weil ich hab Gummibären saft doin doin ok ihr mädchen und ihr buche dann gibt das hier jetzt wie gesagt ich entschuldige mich dann quasi im nachhinein ist die musik so krass genau das wasser läuft gar nicht sieht das ist nur bild es ist ja billig kann man das wasser läuft gar nicht ja ich entschuldige mich im voraus nachhinein jener dem wiener salz hier jetzt geht's aber ab die musik dass das halt so jetzt geschnippel volk gibt und das dann dass man dann halt immer fünf minuten ohne mal zartes stimme und meine immerwährende weisheit auskommen müssen tut man halt aber tut man überhaupt nicht lädt tschüss